Hallo und herzlich willkommen zum Wort des Tages. Zu Beginn eine kleine Geschichte. Ein Mann kehrte heim nach Amerika, nachdem er 40 Jahre als Missionar verbracht hatte. Er kam aus Afrika. Er stand am Deck des Schiffes und das Ziel näherte sich. Er schaute sehnsüchtig in den Hafen. Was er sah, überraschte ihn. Im Hafen wartete ein Orchester. Ein roter Teppich war ausgerollt und eine große Volksmenge mit Flaggen und Wimpeln stand dicht gedrängt. Einen Augenblick überlegte dieser Missionar, ob es wohl für ihn die Willkommenszeremonie wäre, arrangiert durch seine Kirche, die ihn ausgesandt hatte. Doch dann schlug er sich an den Kopf. Nee, das konnte eigentlich überhaupt nicht sein. Sie hätten ja schon sein Jubiläum vergessen. Was ist das für ein Volksauflauf? Da vorne im Hafen fragte ein der Mitarbeiter auf dem Schiff. Wissen Sie das nicht? antwortete dieser. Der Präsident Nixon ist am Schiff. Er war eine Woche lang in Afrika. Alle warten nun auf ihn und wollen ihn gebührend einem Empfang bereiten. Der Präsident sollte natürlich als erster das Schiff verlassen. Dann alle seine Leibwächter und die übrige Gesellschaft. Es dauerte eine ganze Weile, bis die übrigen Passagiere an Land gehen konnten. Und als der Missionar das Schiff verließ, war der rote Teppich bereits wieder zusammengerollt. Das Orchester war verschwunden und ein einsamer Straßenkehrer fickte die Reste der Festlichkeiten zusammen. Der Missionar suchte sein Hotel, mietete ein Zimmer und warf sich auf sein Bett. Gott, ich verstehe es nicht. Er weinte. Der Präsident war eine Woche lang weg und bekam einen fantastischen Empfang. Ich war 40 Jahre lang in Afrika, um dir Gott zu dienen. Aber niemand hat mich zu Hause willkommen geheißen. Da hörte er eine Stimme, die sagte, aber du bist noch gar nicht zu Hause. Manchmal fühlen wir uns wie dieser Mann auf dem Chef. Wir sind lange in der Gemeinde dabei. Wir arbeiten an verschiedenen Stellen mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Doch manchmal wünschen wir uns, dass wir mehr wahrgenommen werden. Da schleichen sich dann so Fragen ein wie, warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich immer derjenige, der zusagt? Nicht schon wieder meine freie Zeit. Warum sieht mich niemand aus dem Leitungsgremium, was ich hier mache? Ein Dankeschön wäre auch mal ganz nett. Ich kann dies absolut verstehen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das noch mehr hinbekommen, uns gegenseitig in den Blick zu nehmen. Dass wir einander ermutigend und tröstend zur Seite springen. Ich bin mir aber auch bewusst, dass wir Menschen uns immer wieder in Fehler und Umgang miteinander unterlaufen. Dass wenn es stressig und anstrengend wird, vielleicht eher unser Ding machen und unsere Sachen in den Vordergrund schieben. Gottes Bodenpersonal ist nicht perfekt. Es macht Fehler. Es ist unzuverlässig, manchmal nicht geduldig, manchmal auch aufbrausend, egoistisch, verletzend. Man könnte noch viele Dinge ersetzen. Das soll keine billige Entschuldigung sein und auch kein Freifahrtschein. Aber machen wir das für den Nächsten, für unseren Menschen? Gott möchte, dass wir verantwortlich handeln. Dass wir als Christen Reue und Buße zeigen, dass wir einander vergeben. Aber der Blick soll weggehen von dem menschlichen Urteil. Es ist egal, was die anderen erstmal über uns denken. Ihre Meinung ist nicht das Entscheidende. Der Blick soll auf Gott gelenkt werden. Er ist es, für den ich mich einbringe. Er sieht mein Einsatz. Er sieht, wenn du treu im Dauerregen den Gemeindebrief verteilst. Wenn du Stunde um Stunde am Krankenbett sitzt. Dann, wenn du vielleicht völlig ausgelaugt von einer Gemeindebesprechung nach Hause kommst. Wenn du stundenlang den Abwasch nach dem Gemeindegottesdienst machst. Er nimmt dich wahr. Er geht dir hinterher und er ist dir dankbar dafür, dass du das gemacht hast. Für sein Reich, für ihn. Bring ihm das Gute und das, was belastet, sprich mit ihm darüber. Du wirst sehen, du wirst von ihm eine Antwort bekommen. Amen.